Und jetzt sind die Herrenkant, wir haben eine internationale Besetzung. Sie kommen durch die Schweiz, Sie kommen durch den Schwarzwald und Sie kommen durch Amerika. Yes, yes, Sie ist der Bernhard-Belly, der World Famous-Belly in der Black Forest-Area. Es ist Georg Bauer in einer Laufzeit von 12, 13, also er hat neue Maßstäbe gesetzt, aber natürlich hat er klare Vorteile gegenüber den Damen, weil es etwas kälter geworden ist und die Spur angezogen hat. Kurk, Altmeister Kurk, Kurt gibt's nicht auf, wenn's immer nicht so lauft. Geht mal was daneben, du wirst schon überleben. Kurt gibt's nicht auf, wenn's heute nicht so lauft. Jawoll, das war die Bieler'sche Hymne, Kurt Bieler auf Hotmoos. Mein Gott, ist der schnell, alter Schütz vor Schnelligkeit nicht. 1370, Kurt Bieler, Deutschland, Hotmoos-Belly.